Wir befinden uns in einer dramatischen Zeitenwende. Wie sollen wir damit umgehen? Unsere Weltordnung verliert ihre Stabilität. Die Welt, in der wir leben, ist zerbrechlich und verletzlich. Wir sind mit Kriegen und Spannungen konfrontiert. Bedrohungen aus dem Cyberspace. Unterbrochene Lieferketten. Klimawandel. All dies führt zu mehr Unsicherheit innerhalb von Gesellschaften und zwischen Nationen. Der Schutz von Menschen, Gesellschaften und Infrastruktur beginnt mit einem starken Bekenntnis. Wir schaffen die unverzichtbare Grundlage für Frieden, Freiheit und nachhaltige Entwicklung. Sicherheit. Denn jeder Mensch hat das Recht in Freiheit und Sicherheit zu leben. Rheinmetall ist ein international führender Systemanbieter in der Verteidigungsindustrie und für Sicherheitstechnologien. Wir dienen unseren Kunden. Wir ermöglichen es Regierungen, ihre Bürger und Institutionen zu schützen. Wir investieren in Fähigkeiten und Technologien in Ländern der gesamten westlichen Welt. Bei unseren internationalen Aktivitäten beziehen wir die heimischen Industrien ein. Mit seinen führenden Technologien und Produkten ist Rheinmetall ein bedeutender Ausrüster der europäischen Landstreitkräfte und einer der wichtigsten Munitionsproduzenten weltweit. Mit unserem eigenen digitalen Ökosystem helfen wir unseren Kunden, das Gefechtsfeld der Zukunft zu beherrschen und zu automatisieren. Um Streitkräfte wirksam zu schützen, bieten wir komplette Waffensystemlösungen an. Unsere herausragenden Gefechtsfahrzeuge bieten höchste Beweglichkeit in den anspruchsvollsten Einsätzen. Rheinmetall treibt technologische Innovationen für umweltfreundliche Formen der Mobilität und Energieversorgung voran. Wir sind überzeugt davon, dass unser unternehmerischer Erfolg auf dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basiert. Bildung, Ausbildung, Vielfalt und die Integration ökologischer und sozialer Faktoren ist Teil all unserer Geschäftsaktivitäten. Nachhaltige Entwicklung bestimmt unsere täglichen Entscheidungen. Die Leidenschaft für die besten technologischen Lösungen treibt uns an. Es ist diese Einstellung und diese Kraft, die all unsere Mitarbeiter miteinander verbindet. Ein großer integrierter Technologiekonzern mit einem klaren Ziel, eine sichere und lebenswerte Welt zu schaffen. Rheinmetall – Verantwortung übernehmen in einer Welt des Wandels. Untertitelung des ZDF, 2020